Hi, hier ist Julia von Pegasus Spiele. Heute habe ich euch Azul mitgebracht. Ein wunderschönes Familienspiel für zwei bis vier kreative Fliesenleger ab acht Jahren. Die tolle Ausstattung in Verbindung mit dem frischen Thema machen es nicht nur zu einem optischen Highlight, sondern auch zu einem kurzwelligen Vergnügen, bei dem schnell der Streit um die beste Fliese entfachen kann. Es waren eigentlich die Mauren, die die ursprünglich weiß-blauen Keramikfliesen, genannt Azulejos, einstmals einführten. Doch die Portugiesen vereinnahmten sie ganz für sich, nachdem König Manuel I. bei einem Besuch der Alhambra in Südspanien von der Schönheit der schmuckvollen Fliesen geradezu überwältigt worden war. Sofort wies er seine Bediensteten an, die Wände seines eigenen Palastes in Evoda mit ähnlich prachtvollen Fliesen zu verzieren. Azul lädt euch dazu ein, ihm diesen Wunsch zu erfüllen. Mit der aufwendig gestalteten Schachtel und den wunderschönen kleinen Fliesen aus Kunstharz ist Azul ein absoluter Blickfang. Das kurzweilige und dennoch sehr spannende Legespiel von Erfolgsautor Michael Kießling eignet sich hervorragend als Geschenkartikel und zieht jeden in seinen Bann. Erscheinen wird das Familienspiel im Oktober zu Spiel und wird dann auch bei dem Händler eures Vertrauens für etwa 40 Euro zu kaufen sein. Ja, und das war unser kurzes Preview. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm doch einen Daumen hoch und abonniert unseren YouTube-Kanal für noch mehr Erklärvideos, Previews und Videos rund um Pegasus-Spiele. Tschüss und bis zum nächsten Mal!